Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf der Living Kitchen in Köln. Wir werden uns jetzt da drinnen mal anschauen, was es so Neues gibt. Das Thema Bewohnlichkeit der Küche, Wohnen und Funktionen gehen immer stärker zusammen. Es ist nicht nur ein Trend, das ist definitiv gesetzt. Es verstärkt sich immer weiter und man sieht es auch in den Küchenplanungen, in den Küchenkonzepten, in den Materialitäten, die zum Einsatz kommen. Ja, wir sind jetzt hier an einem Stand, da haben wir gedacht, das sind Marmorplatten. Nein, das sind Keramikplatten. Die gibt das sogar in acht verschiedenen Größen, neun Kollektionen und in fünf Finishings. Das Besondere ist eigentlich dabei, dass die recht hell sind, im Gegensatz zu vielen anderen Küchenoberflächen, was wir hier auf der Messe gesehen haben. Das gefällt uns schon sehr. Die internationalste aller Möbelmessen, die IMM Cologne, bietet aktuell in Kombination mit der Living Kitchen Inspiration und Lifestyle für jeden Geschmack. Die Leute sind wahnsinnig neugierig und wollen sich Inspiration holen. Airbnb sind modern oder Privatunterkünfte, um einfach Neugier zu befriedigen und zu gucken, wie leben denn die anderen oder auch diese Boutique-Hotels, die ja so richtig für Lifestyle stehen, wo es eigentlich so ist wie zu Hause und wie man es sich auch zu Hause vorstellen kann. Ein großer Trend sind Wohnküchen. Häufig stellen die Küchen das Zentrum des Wohnens dar. Gerade hier spiegeln sich gesellschaftliche Trends. Es gibt einmal die Richtung digitales Kochen, Fortführung der Digitalität in der Küche. Und dann gibt es dagegen halt das Kochen, welches wieder zurückgeht zur Natur, wo halt eben dann gemeinsam gekocht wird. Die Vorzüge der modernen Technik halten Einzug in sämtliche Lebensräume. Und davon sind Küchen nicht ausgeschlossen. Deshalb ist unser Ansatz der, dass jede Oberfläche zum Beispiel eine Medienoberfläche ist, die interaktiv ist, die mit Touch zu bedienen ist und natürlich auch per Sprache. Neben der Digitalisierung der Lebensräume ist eine andere Tendenz nicht zu übersehen. Nachhaltige Möbel aus natürlichen Materialien. Slow Living lautet hier das Stichwort. Es ist dieses sich wieder verbunden fühlen mit dem Ursprünglichen. Was in einer heutigen Gesellschaft, wo sehr viel Technologie, sehr viel technische Materialien auf dem Markt sind, eine Sehnsucht darstellt. Die Leute spüren oder suchen nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Wärme. Egal ob smart oder hügelig, die innovativen Wohnkonzepte auf der IMM Cologne und der Living Kitchen laden zur Inspiration ein.